Musik Okay, mach das mal. Jeder auf dieser Insel liebt den Kistenbruch. Springe und drücke in der Luft. Okay, schön. Hi. Wir kommen zurück. Wir sind froh, dass es dir gut geht, Mario. In diesem Urlaub überschlagen sich die seltsamen Ereignisse. Und jetzt funktioniert das Boot zum Hotel auch nicht. Gut, war? Sollte jetzt nochmal rein, oder? Oder wie sehe ich das? Ach ja, tatsächlich. Nieder mit Mutant-Tyrannia. Ja, das ist einfach so. Wer oder was ist das in Mutant-Tyrannia? Ach, da oben. Puh. Okay. War schon gekommen. Okay. Können wir hier nicht auch noch Wasser verspritzen, damit der noch schneller leidet hat? Ah, ich bin da noch ein richtiger Speedrunner hier geworden. Passt ein bisschen leer ganz cool eigentlich. Also, er wird's machen ab und zu. Also, Rundungen eher nicht. Ach, der Ball hat da runter, oder nicht? Ja, der Ball hat hier. Wie ist da wieder Sinn? Die Brücke ist zerstört. Benutze dir Schwebeldiesel, die sie überhaupt gründen. Ja, gute Idee. Hört so, du sagst. Ähm, okay. Das ging sich auch nicht an Last. Oder das vielleicht. Kann der jetzt wirklich da wieder hin? Ich war. Geht mal weg hier, Alter. Okay, so. Also. Ja, jetzt kann ich mal spritzen und dann gibt's da noch. Das war ja ein paar. Na dann ist ja alles gut. Solange es jetzt alles ausgeht. Passt's. Macht das auch was, wenn ich da ganz warm bin, dann? Oh, nein. Oh, nein. Okay, da kann ich was aufschauen. Also, das war ja alles gut. Also, wir werden es nicht nur ein paar Bomten, ja. Also, du mal auf jeden Fall, ja. Okay. Oh. So, ob ich hier höre, du sagst, ja, okay. Also, ich weiß nicht, was man sieht, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob er bleiben können, ich höre mich da, aber ich weiß nicht, was ich habe zusammen. Okay, da gebe ich nur die Alex dran. Genau, deshalb bin ich auf der Seite dabei, wenn wir uns... oder wenn wir nicht mehr ziehen. So, ja, und hier? Komma rum, oder? Na, der war. Gut, dass du nachher da stehst. Kannst du uns von dem Pflanzmutanten dort oben helfen? Du bist unsere einzige Hoffnung. Ich weiß, dass es nicht angenehm ist. Hilfst du uns? Das ist sicher, oder? Dann ich gleich machen jetzt mal, wie das funktioniert hier mit deinem Dingern. Äh, und dann Hacke. Warum mir irgendeine blaue Münze? So viel Wasser habe ich ja nicht mehr. Äh, äh, ja. Wenn du mir noch gesagt hättest, was ich machen muss. Ja, es war toll gewesen, aber ich bin zu uns selbst draus. Dank mit dir. Also. Ach so, ich muss einfach mal rum. Das sind wir immerhin nicht mehr oben, damit wir das nicht gleich passieren können. Ja, einfach so mit Wasser abspritzen funktioniert nicht. Okay, gut zu wissen. Lieber auf den Schlammer, ist das Wasser los? Ja, also jetzt mal. Ah ja. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, weg mit dir. Hm. Okay, wird das nicht so schön. Das ist machbar auf jeden Fall. Nix da, da ist nicht mal was am Boden. Weg. Okay, das hat nicht ganz geklappt. Das Ding hat nicht zugekommen. Das war gar keine echte Piranha-Pflanze, sondern komische Farbe. Ja. Muss ich das machen? Hurriachian! Sprechern! Sehr gerne. Sprechern! Ich will mal einen Fortschritt mit drei Insignien, die gar nichts verlieren. Was geht denn hier ab? Piu! 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 Das war nicht hier. Was ist das? Im Westen der Stadt ist verschwunden. Aha, mhm. Ähm. Momentan. No, okay. Ach, hier war das mit dem Ding. Du musst achten. Okay, kommen wir da später ran. Hops. So. Erstmal wieder die Taste. Ein bisschen rassen. Wieder der Bevölkerung Geduld. Ich löse das Problem dabei. Hoffentlich, wenn es nicht stört. So. Bitte lassen wir den Aroma ab, kein bisschen. So. So. Hört man euch. Guckst du ja ganz nach unten? Ja, ja. Was sagst du mir immer noch? Ja, da sie erst schon. Warte mal, ich hab was jetzt hier rein kann, dann. Spritzen. Ich hab's nicht geglaubt. Ich hab's nicht geglaubt. Weil die Taste irgendwie verschwunden hat. So. Das ist es ja. Soll ich da jetzt gleich hinauf, oder? Oh, ne, das ist auch gebeten. Nachher gehe ich halt wieder in den ersten Level rein. Portodoro, Riesenärger mit Riesen-Blue-Para. Oh, ne, ich nehme noch Kapitänz, okay. Dann ist es uns anscheinend derer Folge, was man muss. Oha. Sieht ihr das verschmutzte Wasser an? Wie eklig. Unser schöner Hafen ist ruiniert. Das Frachtareal am Ende des Hafens steckt in der Tinte. Von hier kann man es nicht sehen, aber ich bin mir dessen sicher. Ja. In der Tinte. Verstehe. So. Wir wissen, was das ist. Was man damit macht und warum das Zeug immer so rumwabert. Gb und es gibt jetzt da rein. Okidoki. Verwärmt. So. 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 Kann ich hier raten? Okay. Aha, mhm. Ja, das ist auch hilfreich. So. Und eine Stampfattacke komme ich da. Ja, sondern will ich das? Nein, will ich nicht. Okay. Moment, da ist ein Blutbaum. Was sind das für Punkte? Ah, hier ist gar kein Ding. Ups. Wackst du mir noch, wo ich muss? Da ist so'n Typ, ich hab keine Ahnung, ob der immer sich damit zu tun hat, was ich da machen. Was ist denn ein Problem eigentlich? Was in aller Welt ist dieses Zeug? Ich kann meine Arbeit nicht erledigen. Und da soll ich da jetzt helfen. Nee, was kann ich machen, wenn man da nicht wieder irgendwas, die Arbeit, stört? Was ist eigentlich, wenn man so ein Bredsprung hier macht? Ah, nichts. Okay. Dann werde ich angegriffen. Okay, und da ist auch gerne so ein Ende unter versteckt. Danke. Ja, ich werde mich schon noch dran gewöhnen, es gibt halt sehr viele Tasten zu tolken, und da ist keine Probleme. Nicht mehr Tasten tolken, muss ich unbedingt nötig. Achso, warte mal. Reicht das dann nicht schon? Was waren da drinnen? So, kann das reichen wohl schon, oder? Okay, bin ich auch gerne mit. Also ist noch nicht alles weg, und da kommen noch so viele Kader her. Weiß aber halt nicht, ob sich das schon was bringt, wenn ich das jetzt schon mache. Und auch wenn ich das jetzt schon in der bestimmten Position hier machen muss. So. Dann kommt noch so ein Lichter her, so dass das aber alles wegkollern kann. Was dann? Was denn allweil ist das Zeug, wenn man aber nicht erledigen, das ist alles weg. Das heißt, es ist wohl unnötig, dass ich das konnte. Ist das, was du sagen willst? Immerhin. So, das noch so ein Ding. Darauf stampfen wir, das macht es auf jeden Fall was, okay. Jetzt bin ich... Ja. Hat das so? Ah. Aber das, was ich noch nicht zerstört habe, kann ich noch nicht irgendwie damit ziehen. Nö. Ja, dann bringt es mir ja nichts. Oh, ich bin nicht wirklich gut, ne? Okay, dann lass mich da noch mal raus. Okay. Ähm. Dann gehe ich noch mal da drüber, ganz klar. So, dann meinte das ist mal richtig. Ich kann da mal, äh. Ich will eben, die ich hier aktivieren. Dann glaube ich schon hier lefreich. Ah, okay. Ach so, das kann er auch mal dran. Geh, da war ich auch runter, okay. Da drüben ist mein großer Bruder. Siehst du ihn, er übt sich ihm Leute werfen, ne? Schon recht gut, aber übermacht ihm das, da. Okay. Leute werfen, wir müssen hier nie werfen. So. Wer hat der da? Ich warte, das U-Boot hebt sich, wenn das Rad sich dreht. Aber wie soll man das nur bewerkstelligen? Hast du vielleicht eine Idee? Das Rad sich dreht. Tja, ich kann das Wasser drauf spritzen, weil es das hilft. Wie lange bleibt das oben? Okay, nein. Nö. Okay. Ah, okay. Passt. Oder doch nicht. Okay, ja. Gut. Muss das oben sein? Du möchtest, dass ich dich zum Ende des Hafens werfen würde? Mal an, aber so stark bin ich noch nicht. Und, ähm. Ja, nix. Achso, okay, dann verstehe ich, was ich machen muss. Passt. Genau, jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich warten. Ah, okay. Ich kann nicht wissen. Was ist das? So, ich bin dran. Ja, 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 ich bin dran. Sekunde. Ja, ich bin dran. Ja. Aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. So. Da muss ich ja auch nochmal passen. Was mich da nicht runterhaut, kann ich dann irgendwie auch so besiegen, natürlich. Na dann. Mach ich das auch. So. Ja. 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 Okay, muss das heißen, als ob er eigentlich nicht so klar ist, oder? Okay. Das versteht doch. Hallo? Okay, dann nicht. Ich muss ihn ja nehmen, weil wir erscheint. So, hallo, hau mich. Hau mich! Komm aus, meine. Nehmen wir Latt, das ist keine Fang, arme Ausrat. Und jetzt? Kann ich noch mal angreifen, doch. Warte, was ist dann gekommen mit einer Stoppel rauskriegen? Ah ja. Okay. Das ist mal ein Paper Mario, ich denke. Willi? Das ist klar, ich habe schon. Ja, das ist klar. Warum hast du Waha? Müssen wir dann zum Ding da springen oder bellen? Das lieber nicht da ziehen. Wann ich das Ding jetzt geritten habe, das weiß ich doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen muss. Ich mach's einfach mal. Oh, ganz schön verschmutzt das Wasser. Keine Münzen. Ich denke mal das im Leben holen, wenn man das verliert. Schön. Wenn wir einen Typen haben wir auch alles geseibert, obwohl sich nichts gewartet hat, scheinbar. Aber gut. Gut. So. War ich da schon noch rein? Ich glaube nicht. Ein etwas da hinweserlich berechnen, wenn wir das haben. Ich glaube das doch immer. Kann man doch nicht. Ich dachte, da kann man Wasser spritzen und dann schneller schwimmen oder so, aber warum schon warten nicht? Ich dachte, da habe ich einen Rappen, oder? Nein. Das war nicht so schnell. So. Das ist das nächste Hügelhule. Das ist das nächste Hügelhule. Und wie komme ich da hin? Zu dem Geheimnis der Hügelhöhle. Und was bist du für ein Decker? Au. Ich verstehe. Also Mitte bis hin. Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Okay. Oh. Oh. Ich verstehe. Was machen wir? Das ist der Rest. Ich muss nicht. Da war das Rad, genau. Ach, da drüben. Äh, kann ich da den Kliggetan? Kann ich hier unten vielleicht? Ja, mhm, schaut mal da gut aus. Warte nicht, dass ich da wohl schon mal? Schauen wir nicht. Na? Na, Mario, nicht wie hier. So geht's. Guck mal jetzt zu der Insel-korrupte-Höhle-Dingens? Das sehe ich. Oh, oh. Kann man Schwebedingungen verloren? Ja. Also, klassisch. Einfach nur darüber. Okay. Das sollte doch hinbekommen. Ja. Zum Glück bist du da gern geraten dazwischen. Hier. Tro间 wie so. Ja. Ja. So. Ja. 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 Wenn ich dann noch, wenn ich dann komme, dann habe ich einen Problem. Ich habe noch einen Wettbewerb. Schauen Sie mal. Also, du wirst her, wenn du eine alte Dame hast, okay. Verstehe. Ich habe keinen Schleimlopintern an, da. Du musst da.